So Leute, ich habe ja heute ein Gifferwoll für euch, also den Scheiß immer weg. Also an alle meine treuen Abonnenten habe ich hier heute dieses edle Stück hier zu vergeben. Also schreibt einfach in die Kommentare, ich bin der Beste, suche mich da raus und der bekommt dann dieses wunderschöne Stück. Also ja, nicht vergessen zu abonnieren und zu liken.